Ich habe am Anfang gewusst, dass Daniel nur drei Spiele machen darf und ich wollte die Mannschaft auch nicht in den Stich lassen, das heißt für mich war klar, dass ich dann für die letzten Spiele Verantwortung übernehme. Biro wird dann mir assistieren und wie gesagt, wir kommunizieren nicht nur mit ihm, sondern mit dem ganzen Trainerteam gut und wir werden dann entsprechend die Leute aufstellen. Die Leute, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich auch dann auf gut durch unangenehm werden kann, wenn etwas nicht gut läuft, aber ich bin momentan so, dass ich dann vielleicht ein bisschen ruhiger bin als der Daniel. Wir haben eine kurze, aber intensive Woche gehabt, wir haben ein, zwei Schwerpunkte im Training gehabt und wir sind überzeugt, dass die Schwerpunkte, die wir jetzt im Training gemacht haben, am Freitag dann ausgehen. Ja, die Spiele, das ist die Mannschaft, die schon seit längerem zusammen spielen und ja, die kommen natürlich viel über den Kampf, ja, die haben auch viele große Spiele, wir müssen aufpassen, dass das bei Standards, dass wir gute Aufteilung bei Standards haben, aber im Endeffekt, das ist typisch zweite Liga-Mannschaft, ja, aber ich bin, wie gesagt, wir haben auch einen guten Kader und ich bin davon überzeugt, dass wir das morgen schaffen, gehen die zu gewinnen, erstmal gehen die zu gewinnen.